Ja, willkommen zurück hier auf dem Kanal, heute mit dem, oder ihr seht es schon, den Top 10 Büchern für dich, extra in Rot markiert für euch, und deine Entwicklung bzw. Erfolg, natürlich mit Frauen, das ist unser Kanal, das ist ganz klar, hier im Jahr 2020. Dieses Büchervideo, das habe ich jetzt schon öfter gemacht, habe tatsächlich im Jahr 2019 keins gemacht, das letzte ist aus dem Jahr 2018, und da wollen wir anknüpfen, also was ich dir jetzt gleich zeigen werde, sind immer die alten Platzierungen, welches Buch war auf Platz 10, 9 etc. im Jahr 2018, dann reden wir kurz über das Buch, ich sage dir was dazu, und da zeige ich dir meine neue Top 10 hier für 2020. Das sind einfach Bücher, die ich dir für dieses Jahr empfehle, die man gelesen haben sollte, die wirklich top sind, von 10, auf ein Buch, was man gut lesen kann, zu Nummer 1, in einem Buch, wo ich wirklich sage, das sollte hier auch jeder, der den Channel schaut, gelesen haben, weil er wirklich davon profitieren kann, ist alles mit dabei. Und ganz wichtig jetzt, und ich werde das wahrscheinlich gleich sowieso nochmal sagen, aber es kann sein, dass, ja, also die Bücher, die jetzt nicht mehr auf der Liste sind, bedeutet nicht, dass du diese Bücher jetzt nicht mehr lesen solltest, weil sie jetzt nicht mehr in den Top 10 sind, wenn sie vorher mal drin waren, heißt einfach nur, dass, ja, diese Bücher mich vielleicht selber in diesem Jahr oder im letzten Jahr weniger beschäftigt haben, ich mich damit weniger auseinandergesetzt habe mit den Themen, heißt aber nicht, dass es schlechte Bücher sind. Aber da komme ich gleich nochmal im Speziellen zu. Und wir beginnen einfach mal mit Platz Nummer 10. Platz Nummer 10 war im Jahr 2018 Awaken the Giant Within von Tony Robbins. Und das ist so das einzige Buch auf der Liste, wo ich sagen würde, ach ja, würde ich jetzt, ich würde jetzt nicht in den Buchladen gehen und das jemand in die Hand drücken, im Sinne von, das musst du unbedingt gelesen haben, zumindest aktuell nicht. Ist kein schlechtes Buch. Die Tony Robbins Sachen sind Sachen, mit denen ich mich mehr so am Anfang meiner Entwicklungsreise auseinandergesetzt habe. Kann man auf jeden Fall lesen, gerade wenn man in diese Richtung Persönlichkeits, Psychologie und vor allem NLP noch nicht viel gelesen hat. Ähm, ja, würde ich jetzt aber nicht, ja, weiß ich auch nicht, wäre jetzt nicht hundertprozentig meine Empfehlung. Einfach weil auch dieses Buch sich schon sehr im Bereich, ja, so populär-wissenschaftliches Buch bewegt, ohne wirklich viel Belege und so weiter. Und von diesen Sachen werden wir schon noch ein paar haben hier auf der Liste, aber die gehen dann in eine andere Richtung. Nicht mehr die Mega-Empfehlung, aber es schadet dir nicht, dieses Buch zu lesen. Angemerkt sei es, ist ein sehr, sehr gutes, äh, sehr, sehr, sehr langes Buch, würde ich sagen. 2020, Platz Nummer 10, haben wir hier an der Stelle Mini-Habits, Smaller Habits, Bigger Results von Stephen Geis. Und über das Buch habe ich letztens schon einmal geredet. Ich habe schon ein Video dazu gemacht. Der Grund, warum Mini-Habits auf Platz 10 ist, äh, in dem Buch geht es darum, wie man, äh, wie man Gewohnheiten etabliert. Ähm, und der Autor geht da auf eine ganz neue Art und Weise ran, nämlich, äh, durch Mini-Gewohnheiten. Ne, ich habe diese Geschichte erzählt, wo der Autor, der Stephen Geis, jeden Tag eine Liegestütze macht, eine Liegestütze, mehr muss es nicht sein, aber diese eine Liegestütze muss sein, dass er so eine lächerlich kleine Gewohnheit macht, so eine lächerlich kleine Aufgabe, dass er die nicht, nicht erfüllen kann, weil man kann immer eine Liegestütze machen, egal was passiert, das kann man immer hinbekommen. Und, ähm, so zeigt das Buch einen ganz neuen und wirklich gut funktionierenden Weg, sich Gewohnheiten anzueignen, wo das vielleicht, äh, sonst sehr schwierig ist, wenn man sich vornimmt, boah, ich gehe jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio, da ist natürlich eine große Barriere. Jetzt eine Liegestütze am Tag zu machen, ist keine große Barriere, aber mit diesem System, mit diesem Mini-Habits-System fängt man sehr klein an und schafft es dann wirklich, sich seine Gewohnheiten auf Dauer anzueignen, ohne immer, ja, deprimiert einzubrechen, weil die, weil die Ziele zu groß waren. Aber ich will natürlich jetzt nicht den ganzen Ehre des Buches vorwegnehmen. Hier auf Platz 10, Mini-Habits, wirklich ein tolles, tolles Buch. Es ist nicht sehr teuer, man kann es sich einfach easy für, für den E-Book-Reader runterladen auf jedem Handy. Es ist auch kein sehr großes und langes Buch und das Konzept in dem Buch ist jetzt auch nicht so massiv schwer zu verstehen, aber doch ein sehr wertvolles Konzept, wenn man es, äh, umsetzt in seinem Leben. Also, Platz Nummer 9 war 2018 The Rational Mail. Und The Rational Mail, ähm, ich verrate es schon mal, hat dieses Jahr es nicht in die Liste geschafft, habe ich nicht mehr in den Plätzen mit drin, The Rational Mail von Rolo Tomasi. Und das haben, glaube ich, mittlerweile auch schon einige von euch gelesen, ich kriege immer mal wieder solche Nachrichten in den Kommentaren. Ähm, an sich ein gutes Buch, ähm, ich habe damit so ein bisschen meine Probleme. Also, was dieses Buch erzeichnet, ist eine sehr düstere Sicht, ähm, wenn auch in vielen Hinsichten auch schon korrekte Sicht auf Frauen. Und ich, ähm, ja, also es ist schon interessant, das zu lesen. Es ist, man muss sich nur klar sein, dass nicht alles in diesem Buch 100% korrekt ist und dass der Autor das schon ein bisschen überspitzt. Und, ähm, ich, ich sage dieses Buch mit Vorsicht genießen, weil es schon so ein Buch ist, das in den falschen Händen zu sehr falschen, ähm, Schlüssen führen kann. Ähm, ein Buch, das auch sicherlich stark für den amerikanischen Markt geschrieben ist, denn da ist ja dieses ganze, die ganze Scheidungsthematik ist da, ist dann nochmal ein bisschen heftiger als hier, dass Männer da irgendwie alles verlieren und dass man deswegen aufpassen muss vor Frauen. Also, The Rational Mail, der Name sagt ja schon, der rationale Mann, sozusagen eine Anleitung, wie man rational an das Thema Frauen und Dating rangehen sollte, um halt, ja, in keine Fettnäpfchen zu treten, um nicht irgendwie am Ende auf Unterhalt verklagt zu werden, um nicht ausgenutzt zu werden von Frauen. Irgendwo schon ein gutes Buch und ein interessantes, ein interessanter Read, ähm, aber ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und deswegen aktuell nicht in meiner Top 10. Ähm, aber wie gesagt, kein schlechtes Buch, deswegen nur einfach ein bisschen mit Vorsicht genießen, ne? Wir haben auf Platz 9 stattdessen in diesem Jahr King, Warrior, Magician und Lover, beziehungsweise König, Krieger, Magier und Liebhaber. Was wir dieses Jahr in der Liste, oder was ich dieses Jahr in der Liste ein bisschen mehr drin habe, sind Bücher zum Thema Männlichkeit. Und das ist wirklich so ein ganz, ganz klassisches Buch zum Thema Männlichkeit, das sicherlich, und deswegen ist es hier hinten auf Platz 9, das sicherlich nicht jedem gefällt, weil es ist, mh, es ist nicht so ein sehr direktes Buch über Thema Männlichkeit wie ein anderes Buch, zu dem wir gleich noch kommen werden. Ähm, es erzählt halt von den vier männlichen Archetypen, dem König, dem Krieger, dem Magier und dem Lover, dem Liebhaber. Und, ähm, das ist halt so eine, ja, tiefenpsychologische Idee von, von Anteilen, die einen Mann ausmachen. Also diese vier Anteile machen einen Mann aus und das Buch erzählt dann eben davon, ähm, wie man von der jungenhaften Psychologie, von, wie man von Jungem zum Mann wird und was das bedeutet in diesen verschiedenen Aspekten. Also was bedeutet es, den Krieger in sich, ja, zu entwickeln? Was bedeutet es, den Krieger in sich zu entwickeln, den Magier in sich zu entwickeln, den König in sich zu entwickeln? Und das Buch stellt dann halt auch nochmal dar, wie ist die Gegenseite, wie ist die jungenhafte Seite? Na, der, gibt es zum Beispiel den, den, äh, Hochstuhl-Tyrannen, das ist dann der kleine Junge, der auf seinem Hochstuhl sitzt und rummeckert und alles sofort bekommen will, was er haben möchte. Das ist dann halt so eine, so eine jungenhafte Form. Und er erzählt halt, so dieses Buch erzählt halt, wie man von dieser jungenhaften Energie mehr in so eine männliche Energie kommt. Das ist halt ein Buch für jeden, der sich mit diesem Thema Männlichkeit, was ja sowieso einfach ein super großes Kernthema in unserer Zeit, für jeden Mann in unserer Zeit ist, jeder, der sich damit ein bisschen auseinandersetzen möchte, ist ein toller Read, sollte man auf jeden Fall gelesen haben, ähm, wird aber, glaube ich, nichts für jeden sein, einfach auch aufgrund der sehr speziellen Art und Weise, wie das geschrieben ist. Ähm, aber tolles Buch mit tollem, interessanten Input aus, ich sag mal, auch einer, ja, etwas vergangenen Zeit. Deswegen King, Warrior, Magician, Lover, auf jeden Fall eine Empfehlung, äh, ein Buch, das man sehr gut lesen kann und Thema Männlichkeit sowieso sehr, sehr elementar, sehr wichtig für uns hier in dieser Gesellschaft. Platz Nummer 8 war 2018 Mut von Osho, lebe wild und gefährlich! Und Mut von Osho, das ist so ein Buch, das würde ich heute noch empfehlen, ich hab's tatsächlich nicht mehr drin in der Liste jetzt aktuell, ähm, aber das ist wirklich ein gutes Buch, also wirklich toll. Ich mochte Osho als Autor, ähm, das ist so ein, äh, ich bin gar nicht 100% perfekt informiert, aber der hatte so eine, ja, so eine, so einen Clan sozusagen, so Leute, mit denen er irgendwie rumgereist ist und die da mit ihm zusammen gelebt haben und der hat so ein bisschen freigeistig gelebt und der schreibt wirklich sehr, sehr schön darüber, wie man so mit dem Leben umgehen kann, wie man mit Herausforderungen umgeht und wie man das Leben frei und in vollen Zügen genießen kann, äh, und das meiste rausholt. Das ist ein sehr inspirierendes Buch, ein Buch über eine Lebensphilosophie, nämlich die Lebensphilosophie des Mutes, ähm, ganz, ganz tolles Buch, gerade auch im Zusammenhang mit dem Thema Ansprechangst, ne, wo du dir denkst, oh, die Ansprechangst, oh mein Gott, und er erklärt halt, wie man an ein Leben rangeht optimalerweise, er fordert viele, ja, klassische Sichtweisen hinaus, dass man sich in Sicherheit begibt, dass man sich ein sicheres Umfeld aufbaut und fordert halt die Menschen raus, einfach mutig zu leben, ein ganz, ein ganz toller Read, ich habe sowieso die Osho-Bücher sehr, sehr gerne gelesen, äh, und auf jeden Fall etwas, was ich nur empfehlen kann, auch wenn es tatsächlich ein paar Kontroversen um den Autor Osho an sich gibt, äh, die ich jetzt nicht genauer kenne, aber die man auf jeden Fall auch nachgucken könnte, wenn man das will, Mut von Osho, tolles, tolles Buch, ähm, aber weil ich mich, ja, im vergangenen Jahr auch so gar nicht mit Osho-Büchern auseinandergesetzt habe und das schon ein bisschen her ist, nicht in meiner aktuellen Liste. Stattdessen haben wir auf Platz 8 Männlichkeit leben, die Stärkung des Maskulinen, und das, äh, werden wir auch in der Liste nochmal wiedersehen, super, super Buch zum Thema Männlichkeit und so, so, schon ein Gegenstück zu dem, was ich eben gezeigt habe, zu King, Warrior, Magician, Lover, ne, King, Warrior, Magician, Lover, eher so in die philosophische Richtung, in die psychologische Richtung. Hier wirklich ein Buch, und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, das, ähm, ja, sich einfach mit, mit der Männlichkeit unserer heutigen Zeit auseinandersetzt, wirklich ganz klare Praxistipps gibt, sich da ganz praktisch und ganz, ganz klug mit auseinandersetzt und, ähm, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es ist, es ist aktuell, es ist aktuell geschrieben, es ist verständlich geschrieben, es ist nicht in, ja, Floskeln, in, äh, jetzt denkt ihr mal hier eine Bedeutung rein, es ist ein ganz klares Buch mit Anweisungen, das sich ganz toll, auf ganz tolle Art und Weise mit dem Thema Männlichkeit auseinandersetzt. Wenn du irgendwie in dieser Männlichkeit, äh, Männlichkeit Richtung unterwegs sein möchtest, oder da, ja, ja, was du darüber erfahren möchtest, ist dieses Buch wirklich, da kommst du nicht dran vorbei, so kann ich das sagen. Also wirklich eins der Top-Bücher zum Thema Männlichkeit, und wir werden, äh, noch ein Buch sehen hier auf der Liste, aber eins der Top-Bücher muss man gelesen haben, ähm, und ich denke, da profitiert jedermann von, spätestens dann, wenn er vielleicht Kinder hat und seine eigenen Söhne aufziehen will, einfach ein Hammerbuch, wirklich. Platz Nummer 7 war 2018, Männlichkeit Leben, da haben wir es wieder, ne, es ist diesen, dieses Jahr quasi ein Platz nach oben gerückt, lag einfach daran, dass ich es wirklich überhaupt nicht gelesen habe, aber es ist einfach ein geiles Buch, deswegen konnte ich es nicht von der Liste nehmen. Äh, aktuell ist Platz Nummer 7, Die Macht der Disziplin, und die Macht der Disziplin, das hatten wir vor zwei Jahren schon mal auf der Liste, ähm, das fand ich damals schon einen richtig geilen Read, und, ähm, da geht es einfach, wie der Name schon so ein bisschen sagt, um, äh, ja, wie, wie kann man Disziplin nutzen, wie kann man Disziplin entwickeln. Äh, Roy Baumeister, der Autor davon, ist ein Sozialpsychologe, das heißt, es ist schon ein wissenschaftliches Buch, mit Fußnoten, mit Verweisen auf, äh, auf, äh, Studien und so weiter, also das ist ein, du kannst dir das so vorstellen, das ist der aktuelle Forschungsstand zum Thema Disziplin, alles, was man aktuell in der Forschung darüber weiß. Es kann sein, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass der Forschungsstand schon ein bisschen neuer ist, weil das Buch dann doch jetzt schon ein bisschen älter ist, aber ganz, ganz tolles Buch, was sich super spannend liest, und was ganz toll zeigt, ähm, ja, wie man, wie man Disziplin aufbauen kann, und wie wichtig Disziplin ist, und was man tun kann, um, ja, in der Richtung sich zu stärken, und das ist deswegen so interessant, ich hab schon mal ein Video dazu gemacht, weil man halt herausgefunden hat, dass es zwei Faktoren gibt, die am allermeisten Erfolg beeinflussen, nämlich A, Intelligenz, und B, diese Disziplin oder Selbstbeherrschung, und Intelligenz, das können wir halt relativ wenig steuern, ähm, wir haben unsere Intelligenz, die ist relativ festgelegt, Disziplin, Selbstbeherrschung, das ist eine Sache, die können wir trainieren, ne, steht da unten auch, wie wir unser Willen trainieren können, und deswegen kann das einen enormen Einfluss darauf haben, wie erfolgreich dein Leben läuft, und darum geht's ja hier auf der Liste, deswegen auf jeden Fall, die Macht der Disziplin, geiles, geiles Buch, und, äh, ja, auch ein wissenschaftliches Buch, so, jetzt muss ich den Kladderadatsch einmal wegmachen, ein wissenschaftliches Buch mit Belegen, so, 2018, Platz Nummer 6, hatten wir die Zeus-Methode, Deine Echte Männlichkeit, von niemand Geringerem als mir selbst, und natürlich kann ich dieses Buch immer noch empfehlen, ähm, ich, das war zu der Zeit, wo ich die ganzen Bücher rausgebracht habe, wo, äh, viel mit den Büchern war, und, ähm, ja, deswegen war das hier eine Liste, mein erstes Buch, mein Kernbuch, Deine Echte Männlichkeit, geht hier auch um Männlichkeit, geht um das Thema, wie es im Untertitel steht, Frauen kennenlernen, Erfolg bei Frauen haben, und glücklich mit ihnen werden, wenn du meine Videos schaust, wenn du meinen Input gerne magst, und du mal sozusagen, die Gesamtanleitung von mir zusammengefasst haben willst, mein erstes Buch lesen willst, das ich damals 2016 geschrieben habe, dann kann ich dir das nur empfehlen, es ist ein Buch, was super durch den Markt gegangen ist, was sich immer noch sehr gut verkauft, und mein bestes Buch auf jeden Fall mit, äh, ja, zu der Zeit auf jeden Fall meinem besten Wissen, die Zeus-Methode, bin ich sehr, sehr stolz drauf, ich mag auch den Titel total gerne, und auch der, wie das Cover geworden ist, die Zeus-Methode ist sehr, sehr catchy, ähm, ich bin total happy mit dem Buch, und kann das auch wirklich nur empfehlen, und empfehle das auch heute noch, die Zeus-Methode, Platz Nummer 6, 2018, mein eigenes Buch, sehr stolz, so, 2020, Platz Nummer 6, haben wir jetzt hier, Models Attract Women Through Honesty, und wir werden sehen, dass dieses Buch, sich auf der Liste, tatsächlich schon mal einen Platz gesichert hat, ähm, das ist so wahrscheinlich das Buch, was ich aktuell am meisten empfehlen würde, wenn es um einen reinen Dating-Ratgeber geht, ne, Frauen anziehen, durch, äh, durch Ehrlichkeit, durch Authentizität, ähm, sehr, sehr geiles Buch, das, äh, so in eine ganz andere Richtung geht, als die klassischen Pick-up-Bücher, äh, und das dir so zeigt, wie du durch dein authentisches Selbst, durch, durch sehr klare Kommunikation und Ehrlichkeit, äh, erfolgreich mit Frauen wie erst, ein sehr angenehmer Weg, ein sehr gesunder Weg, ähm, ich sage nicht, dass man diesen Pick-up-Weg nicht gehen kann, den kann man gehen, ähm, mich persönlich stresst es immer sehr, und nervt das immer sehr, und hier wirklich, ein ganz toller, wirklich super Dating-Ratgeber, und wenn du mich fragen würdest, so, was ist der eine Dating-Ratgeber, den ich dir in die Hand drücken würde, außer mein eigener natürlich, wobei die Zeiss-Methode weniger ein Dating-Ratgeber ist, dann würdest du von mir Models bekommen, und ich glaube, ein Großteil der Community hat auch Models schon gelesen, aber hier auch wieder Platz Nummer 6, einfach ein Buch, das ich persönlich nicht aus der Liste streichen kann, selbst wenn ich's wollte. Platz Nummer 5 hatten wir 2018, How to Win Friends and Influence People, oder die deutsche Variante, Wie man Freunde gewinnt, und jetzt weiß ich gar nicht, wie der gesamte deutsche Titel heißt, Wie man Freunde gewinnt und Leute beeinflusst, das glaube ich heißt so nicht, ähm, aber egal, von Dale Carnegie, eins der ja wohl bekanntesten Selbsthilfebücher überhaupt, immer noch eine geile Empfehlung, jeder sollte das mal gelesen haben, How to Win Friends and Influence People, ähm, ist mir dieses Jahr und letztes Jahr jetzt echt nicht so, hab ich mich so gar nicht mit auseinandergesetzt, deswegen fliegt's ja aus der Liste auch raus, weil da andere Sachen sind, die ich interessanter fand, ähm, das heißt aber nicht, dass dieses Buch nicht gut ist, es ist ein super, super Buch, das ihr halt erklärt, hey, wie, 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 wie bin ich freundlich zu Leuten, also auch viele Basics finde ich, aber das sind so Sachen, die sind einem vielleicht gar nicht klar, so von wegen, schreibt dir die Namen auf, merkt dir die Namen von den Leuten, also so ein paar, so richtige Basic-Schritte, die dir einfach zeigen, hey, wie kannst du besser mit Menschen umgehen, wie kannst du Freunde gewinnen in diesem Fall und auch Einfluss auf Leute nehmen, also für jeden, der sich, ja, mit diesem Thema grundsätzlich auseinandersetzt, der in diese Kommunikationsrichtung geht, ist es einfach, der klassische Read, den, den man einfach mal gelesen haben muss, und auf Platz 5, das, was hier jetzt, auch du in Friends and Influence People ersetzt, haben wir, Your Brain on Porn und da habe ich letztens drüber geredet, in ein paar Videos, das ist wahrscheinlich, das ist jetzt ein Buch, das ist ganz kurz dazu gekommen, auf meine Liste, weil ich es neulich erst gelesen habe, ne, daher kam auch unsere Challenge, die wir gemacht haben, das No Fab und No Porn und wenn du dich mal auseinandersetzen willst, was mit deinem Gehirn passiert, wenn du Pornos schaust, auf wissenschaftliche Art und Weise, das ist ja auch wieder, das beruht auf wissenschaftlichen Studien, das ist ein wissenschaftliches Buch, ne, also, verstehe mich nicht falsch, wenn ich wissenschaftlich sage, heißt das nicht, dass irgendwie nur Wissenschaftler das verstehen können, wissenschaftlich bedeutet einfach, das ist ein Buch geschrieben und es gibt Verweise im Text, auf echte Studien, das heißt, wenn du das wollen würdest, könntest du nachgucken, wo, was sind denn diese Studien und was sind denn die Ergebnisse, also es ist ein Buch mit Belegen, ne, How to Win Friends and Influence People zum Beispiel, da sagt halt Dave Carnegie, hey, das ist meine Erfahrung, das ist meine Erfahrung aus den x Jahren meiner Tätigkeit, als, er war glaube ich Verkäufer auch und das hat halt wissenschaftlich, es ist halt nichts mit Wissenschaft zu tun, aber hier, die Macht der Disziplin von Roy Baumeister oder auch Your Brain on Porn sind wissenschaftliche Bücher, wir kommen nochmal zu wissenschaftlichen Büchern weiter vorne auf der Liste und ganz, ganz geiler Read, auch kein langes Buch, aber es ist sowas von interessant und wir sind uns überhaupt nicht darüber bewusst, was Pornos mit unserem Gehirn machen können und dass es sich genauso auswirken kann, wie eine Alkoholsucht oder wie eine Spielsucht oder sowas und das sind so Informationen, die sollte eigentlich jeder heutzutage haben, die hat halt nur einfach niemand, ganz, ganz wichtiges Buch für jeden Mann da draußen, der irgendwie in Pornos drin ist und das sind ja ganz, ganz viele, wenn du mal abgeschreckt werden willst und wenn du mal überrascht werden willst, wie schädlich das Ganze ist, dann Your Brain on Porn, ganz, ganz geiles Buch, genau, also normalerweise ist es so, ich erwähne, auch wenn es deutsche Versionen von den Büchern gibt oder ich davon weiß, deswegen habe ich eben How to Win Friends and Influence People, da gibt es eben eine deutsche Version von, Your Brain on Porn gibt es die, glaube ich, nicht. 2018 Platz Nummer 4 hatten wir Der Weg des wahren Mannes, hier auch wieder die deutsche Version, es gibt natürlich auch eine englische, Der Weg des wahren Mannes, ich, also eins der, das ist das Buch über Männlichkeit, das für mich wahrscheinlich auf Platz 1 stände, nochmal vor Männlichkeit leben, das hier, ein sehr philosophisches Buch von einem Tantra-Meister geschrieben, das ist nicht wie Männlichkeit leben, ein sehr direktes, klares Anweisungsbuch, das hier ist mehr so, wie sollte der Mann mit Frau umgehen, so der Frau, der Sturm, der Mann, der fällt in der Brandung und wie geht man mit Stress um und also, es zeigt einem auf ganz, ganz geile Art und Weise, wie man A, mit dem Leben umgeht als Mann, aber auch B, mit den Frauen umgeht als Mann und mit sich selber, mit seinen eigenen, vielleicht dunklen Gelüsten, sage ich mal, ganz, ganz, ganz geiles Buch, absolute, absolute Kernlektüre für jeden Mann, dass, wenn es eine Schule gäbe, wo ich Headmaster wäre und wo ich Schulleiter wäre und ich müsste bestimmen, was die Leute lesen, alle Männer würden auf jeden Fall mal dieses Buch lesen, alle Frauen würden vielleicht das Gegenstück, ich glaube, ich bin lieber, heißt das von David Day, da lesen, ich weiß es gar nicht genau, so ein richtiger Klassiker, so ein geiles Buch, absolute, krasse Empfehlung, Der Weg des wahren Mannes, 2018, Platz Nummer 4, Bestes Buch zum Thema Männlichkeit. Auf Platz Nummer 4, 2020 haben wir jetzt hier Nie mehr Mr. Nice Guy oder No More Mr. Nice Guy im Englischen, ganz, ganz witzige Geschichte, das ist so ein Buch, das ist mir schon immer, habe ich schon immer gesehen, ich kannte dieses Buch schon lange, ich habe den Titel immer im Kopf gehabt, aber ich wollte das nie lesen, weil ich dachte, es ist so ein klassisches Pickup Buch, so Nie mehr Mr. Nice Guy, wenn Mr. Nice Guy als ein Pickup Begriff ist, aber stellt sich heraus, und ich habe es dann gelesen, dass dieses Buch von einem Psychologen geschrieben wurde, der von Fällen aus seiner Praxis berichtet, die er mit Männern hatte, also er hat Männerarbeit gemacht, er hat dann auch diese, ja, diese Treffen wöchentlich gemacht, diese No More Mr. Nice Guy Treffen, und es ist wirklich ein psychologisches Buch, es ist ein Buch mit Hintergrund, und es geht hier einfach darum, um diese Nice Guy Symptomatik, und der Psychologe erzählt eben, und das ist so ein geiles Buch, erzählt eben, wie kommt diese Nice Guy Symptomatik zustande, rein psychologisch gesehen, und was können wir tun, um das loszuwerden, weil es hat einen psychologischen Hintergrund, das kommt aus unserer Entwicklung, und ja, das ganz Wichtige ist natürlich, wenn du dich verändern willst, wenn irgendwo Veränderungen stattfinden sollen, dann muss Bewusstsein zuerst mal da sein, ne, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht, dir kann ja nicht klar werden, dass dein Rauchverhalten problematisch ist, wenn du dich nie, wenn du dich das nie mal fragst, ne, wenn du einfach die ganze Zeit machst und machst, aber nie reflektierst, dann kann ja kein Bewusstsein da sein, und dann kann keine Veränderung stattfinden, und deswegen, diese Nice Guy Symptomatik, dieses Buch bringt ganz, ganz viel, leuchtet Bewusstsein, leuchtet ein Licht auf diese Thematik, Nice Guy Thematik, zeigt dir, wie sie zustande gekommen ist, und was du dagegen tun kannst, und ich glaube, mit der Nice Guy Symptomatik, können sich einfach sehr, sehr viele Leute, die sich mit diesem Thema Erfolg und Frauen auseinandersetzen, ja, irgendwo identifizieren, das ist halt auch eine Gradsache, ne, also ich kann mich damit auch zum Teil identifizieren, ich habe auch Anteile davon, ne, also du musst nicht, du musst nicht der Ober-Nice Guy sein, damit dieses Buch dir irgendwas bringt, sondern ich, auch ich habe mich darin wiedergefunden, und ich bin ja doch auf meiner Reise schon relativ weit, und deswegen, mit diesem Buch, super, super geiles Buch, ich kenne tatsächlich nicht die deutsche Variante, also ich weiß nicht, wie die ist vom Schreiben her, wird schon passen, denke ich, Der Weg des Wahre Mannes zum Beispiel, finde ich sehr, sehr gut auf Deutsch, habe ich auch auf Deutsch als Hörbuch, finde ich besser als die englische Variante, kriegt man irgendwie mehr mit, Niemehr Mr. Nice Guy, habe ich nur auf Englisch gelesen, aber wird auf Deutsch schon passen, denke ich, weil es auch ein Buch ist, das sich sehr, sehr viel verkauft hat, ein sehr, sehr bekanntes Buch, das wird gut übersetzt sein, Platz Nummer 4, Niemehr Mr. Nice Guy, No More Mr. Nice Guy von Robert A. Glover, Platz Nummer 3, 2018 hatten wir Models, da haben wir es wieder, ist es ein bisschen runtergefallen, weil ich tatsächlich auch es länger nicht mehr gelesen habe, aber es ist immer noch mein Top-Ratgeber zum Thema Dating, da muss ich ja jetzt nichts weiter dazu sagen, immer noch eine klasse Empfehlung, Platz Nummer 3 dieses Jahr ist Der Weg des wahren Mannes, und das ist, glaube ich, das einzige Buch, das tatsächlich Plätze gut machen konnte, zu 2020 hin, weil, gut, ich habe eben auch schon darüber geredet, das ist meine Nummer 1 Thema, Thema Männlichkeit, das man gelesen haben sollte, das jeder Mann eigentlich gelesen haben sollte, und wer das nicht gelesen hat, hat irgendwie was verpasst, ganz, ganz wichtiger Read, ganz wichtiges Buch, ich gehe jetzt nicht nochmal näher drauf ein, Platz Nummer 3, verdienter Platz Nummer 3, liest dieses Buch, 2018, Platz Nummer 2, hatten wir hier, 50 Secrets of the World's Longest Living People, und dieses Jahr habe ich tatsächlich kein Buch über Ernährung drin, wenn du aber anfangen möchtest irgendwo, und wenn du ein gesünderes Leben führen möchtest, ein längeres Leben führen möchtest, ist das ein toller Einstieg, das habe ich letztes Jahr auf Platz 2 gehabt, weil ich mich da viel mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ich habe da viel zu gelesen, mittlerweile habe ich da einfach sehr viel Information zu, und habe dann dieses Jahr tatsächlich nicht so viel zu gelesen, aber es ist auch wieder so eine Sache, es ist so wie, du atmest halt die ganze Zeit, und du gehst halt die ganze Zeit, also solltest du dich über diese Basic Sachen einfach informieren, und solltest alles darüber wissen, ich meine, du isst dein Leben lang, du isst jeden Tag drei Mahlzeiten, und ich weiß gar nicht, mir ist nicht klar, wie man sich nicht damit beschäftigen kann, was Essen mit uns macht, also es geht hier viel um Essen, es geht aber auch um Gewohnheiten, aber der Fokus ist hier Essen, was kann man essen, um gesünder zu sein, um auf Dauer gesünder zu sein, um auch im Alter wieder gesund zu sein, oder überhaupt erst mal alt zu werden, und das ist so ein zentrales Thema, Essen ist natürlich so ein Riesenthema, und da einfach das richtige Wissen zu haben, oder naja gut, das richtige Wissen ist immer so eine Sache, in diesem Ernährungsthema, aber das aktuell Stand, richtige Wissen, ist halt so wichtig, und deswegen ist mir nicht klar, wie man sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen kann, wenn man sagt, hey, ich möchte mein Leben irgendwo optimieren, ich möchte auch die beste Version meiner selbst sein, um es mal so auszudrücken, und deswegen halte ich das für einen absoluten Must-Read, und einen guten Einstieg in dieses Thema, gibt es natürlich noch ganz viele andere Bücher, aber das springt jetzt hier den Rahmen. Dieses Jahr Platz Nummer zwei, haben wir Eckhart Tolle, jetzt die Kraft der Gegenwart, das ist so ein Buch, das ist einfach immer in meinen Top Tens, und das ist immer sehr weit oben, und das wird da auch immer bleiben. Du kannst synonym dazu sein anderes Buch sehen, Eine neue Erde, ich wollte jetzt hier nicht beides mit reinnehmen, weil die Bücher sich schon sehr ähneln, ich würde sagen, jetzt ist mehr so das erste Buch, was man lesen sollte, Eine neue Erde, das zweite, die sind beide wirklich, wirklich, wirklich geil, und ja, ich glaube, ich habe schon sehr viel zu diesem Buch gesagt, Eckhart Tolles großes Erfolgswerk, wo es einfach um das Thema geht, eben jetzt leben, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, weniger Stress haben, und ja, einfach, das ist einfach eine Lebensweise, die Eckhart Tolle von der Eckhart Tolle hier erzählt, die einfach ganz, ganz toll ist, und während man dieses Buch liest, kommt man in so einen meditativen Zustand, kommt man in so einen ruhigen Zustand, und ich habe noch nie ein Buch gelesen, das so viel mit einem macht, während man es liest, weil dieser Mann einfach, alleine was er schreibt, es ist so beruhigend, es ist so entspannend, wer sich Eckhart Tolle noch nie auf YouTube angeguckt hat, dem kann ich das nur empfehlen, der ist nämlich auch bei seinen Auftritten und Videos, einfach die Ruhe in Person, und so ein tolles Buch, wenn du mal im Stress bist, wenn das Leben dich mal übermannt, so ein bisschen liest, halt jetzt von Eckhart Tolle, und alles ist wieder fein, was ich auch nur empfehlen kann, und was, dass du dir Audible holst, also dieser Amazon, der Amazon Audiobook Service, und da habe ich mir jetzt die Kraft der Gegenwart auch als deutsches Buch, das kann man auch sehr gut Deutsch hören, ist total gut, weil er auch original aus Deutschland kommt, deswegen kann er das und spricht das selber, und sich das reinzuziehen, und er spricht das nämlich selbst, und mit seiner Stimme, mit seiner beruhigenden Art, ach, weißt du, da hast du Stress, und dann machst du dir mal eine halbe Stunde Eckhart Tolle jetzt an, und dann ist alles wieder in Ordnung, so ein super geniales Buch, hier mein Platz Nummer 2, und Platz Nummer 1, 2018 hatten wir Eckhart Tolle, jetzt auf Platz Nummero Uno Nummer 1, das habe ich dieses Jahr, wie gesagt, ein bisschen runter gemacht, weil ich einfach ein anderes Buch, hier auf Platz Nummer 1 setzen wollte, aber du könntest auch dieses Jahr, Eckhart Tolle auf Platz Nummer 1 setzen, das ist einfach ein Hammerhammer Buch, ich habe gerade darüber gesprochen, ich glaube, mehr Worte muss ich dazu gar nicht verlieren, und 2020 Platz Nummer 1, haben wir hier, warum wir uns immer in den falschen verlieben, von Amir Levin und Rachel S.F. Hello, warum wir uns immer in den falschen verlieben, Platz Nummer 1 hier, 2020, das ist wohl das wertvollste Buch, was ich hier in den letzten 1, 1,5 Jahren gelesen habe, mit ganz großem Abstand zu vielen anderen Büchern, ziemlich, also den Titel fand ich so ein bisschen blöd, weil er so ein bisschen Klischee, und er klingt einfach dumm, also er klingt so wie, oh hier, Arte und Liebesfilm mäßig, und ich glaube, der Titel kann auch viele Leute davon abhalten, dieses Buch zu kaufen, was natürlich super schade wäre, worum geht es in diesem Buch, dass dieser Buch ist der aktuelle, wissenschaftliche Stand, was Bindungsforschung angeht, was Bindungsforschung angeht, es geht um die Beziehungstypen, du siehst es auch immer der Titel, Beziehungstypen und ihre Bedeutung für unsere Partnerschaft, es geht um die verschiedenen Beziehungstypen, und was die mit uns machen, was die in einer Partnerschaft, in einer Beziehung mit uns machen, von Mann zu Frau, und ich meine, das ist halt das Thema, über das wir hier die ganze Zeit reden, und so viele Leute rennen in irgendwelche Partnerschaften, Beziehungen rein, und die funktionieren dann überhaupt nicht, und ich kenne das von mir selbst, ich habe das nämlich auch, und du hast keine Ahnung warum, du hast keine Ahnung warum, und dieses Buch gibt auch nochmal ein ganz, ganz tolles Feedback zur aktuellen Dating-Ratgeber-Umgebung, und sagt dir, wie du damit umgehen sollst, also das ist so ein Buch, das würde ich glaube ich jedem Menschen in die Hand drücken, der irgendwie mal in seinem Leben plant, eine Beziehung zu führen, zum anderen Geschlecht, und auch hier, es geht nicht nur um lange, Langzeitbeziehungen, es geht auch um kurze Sachen, es geht einfach darum, wenn du das Gefühl hast, irgendwas in deinen Beziehungen läuft, immer ein bisschen schief, oder nicht so ganz richtig, oder es gibt immer sehr viel Stress, und irgendwas ist los, oder du hast immer die falschen Leute gefühlt, die falschen Leute, oder irgendwas läuft schief, ja, es läuft irgendwas schief, und es hat auch seine Gründe, und dieses Buch kann dir sowas von super erklären, warum das so ist, also der Inhalt ist der aktuelle wissenschaftliche Stand der Bindungsforschung, das ist alles sehr, sehr gut recherchiert, und sehr anerkannt, mit Studien, ich weiß nicht, ob Studienverweise drin sind, aber es ist halt kein Buch so, oh ja, ich, Samantha, 42, habe mich jetzt auf die Couch gesetzt, und ich sage dir jetzt mal, was mit Beziehungen falsch geht, weil ich weiß es halt, und so, sondern es ist halt einfach ein wissenschaftliches Buch, mit unglaublich tollem Input, super gut geschrieben, die Sachen sind total gut erklärt, ich glaube, jeder findet sich daran wieder, du kannst die Selbsttests machen, welcher Beziehungstyp du bist, du kannst schauen, welcher Beziehungstyp dein Partner ist, wenn du das willst, das Buch zeigt dir, was du tun musst, um glücklichere Beziehungen zu führen, und nicht mehr diese Chaosbeziehungen zu führen, die du vielleicht bisher immer geführt hast, und ja, also, ich kann gar nicht ausdrücken, wie wertvoll ich dieses Buch fand, auch für mich persönlich, es ist halt immer so lächerlich, wenn ich sehe, dass so ein Buch, ich glaube, das kostet auch so um die 8,99, 9 Euro, sehe ich halt, dass das kostet, und dann lese ich das, und es gibt mir so viel Wert, wie, also, und hätte ich 10.000 Euro für dieses Buch ausgegeben, die Informationen wären es wahrscheinlich tatsächlich wert gewesen, so viel Wert in einem Buch, wahrscheinlich für unsere gesamte Community, warum wir uns immer in den Fall schon verlieben, Hammer, Hammer geiles Buch, mein Platz Nummer 1 mit Abstand dieses Jahr, und damit bin ich tatsächlich durch mit der Liste, also wie gesagt, ich kann jedes Buch auf dieser Liste irgendwo auf jeden Fall empfehlen, ich sage das, weil manche Dinge, würde ich jetzt, würden mir auch spontan gar nicht so einfallen, wie zum Beispiel das Tony Robbins Buch, wenn du jetzt aber mich fragst, soll ich mir das Tony Robbins Buch holen, würde ich nicht Nein sagen, es wäre nun nicht so eine krasse Empfehlung, wie zum Beispiel jetzt hier die Nummer 1, wo ich wirklich sagen würde, ja, hol dir dieses verdammte Buch, so, hol es dir, los geht's, und ich habe das auch mittlerweile manch anderen Männern empfohlen, wo ich merke, die haben da irgendwelche Bindungsprobleme, ja, Nummer Mr. Nice Guy geht, witzigerweise in irgendwo eine ähnliche Richtung, aber dieses Buch ist besser, dieses Buch ist einfach besser, und das ist meine Top 10 für das Jahr 2020, du kannst mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was du davon denkst, kennst du Bücher davon, hast du welche davon schon gelesen, hast du vielleicht andere Empfehlungen noch, die du mit der Community teilen willst, damit bin ich durch für heute, geil, dass du dabei warst bei diesem, ich weiß ja nicht, wie lange es ist, aber doch schon länger gewordenen Video, und, ja, wir sehen uns morgen wieder, bis dahin, eine geile Wochenstadt für dich, und, tschau.